Schon gewusst, dass die Vorarlbergmilch von über 500 Landwirten vom Adelberg bis zum Bodensee beliefert wird? Dass die dabei gelieferte Milchmenge 170.000 Liter pro Tag beträgt, wovon gut ein Viertel täglich zu Ländle-Milchprodukten verarbeitet wird? Dass ein Erzeugnis nur dann ein echtes Ländle-Milchprodukt ist, wenn die Tiere, von denen die Milch stammt, in Vorarlberg gehalten, gefüttert und gemolken wird? Dass man zur Herstellung von einem Kilogramm Butter etwa das 20-fache an Ländle-Milch benötigt? Außerdem, die Vorarlbergmilch wurde bereits insgesamt achtmal zur bekanntesten und sympathischsten Marke Vorarlbergs gewählt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017